Hallo liebe Pokémon HeartGold, Freude und Willkommen zurück zu dem wundervoll neuen Part von Pokémon HeartGold. In dem unser Team aus allen möglichen Pokémon besteht, welche nicht despotar sind, denn despotar haben wir nicht gefangen. Mann, das war überhaupt nicht ärgerlich oder so. Aber gut, blicken wir drüber hinweg. Und ich würde mal sagen, ich überlege gerade über eine Sache. Zum einen gehen wir natürlich jetzt erstmal ins Pokémon Center. Und dann überlege ich, ob es vielleicht eine clevere Idee wäre, wenn ich vielleicht eventuell unter Umständen einfach nochmal hoch nach Viola City gehen würde. Und da in Pokémon angle, weil ich habe eine Angel. Außerdem kann ich da oben noch die VM Zertrümmerer abholen, welche eigentlich ganz gut wäre. Weißt ihr was, das klingt ein guter Deal. Moment, nein, noch nicht ganz, ich will erst noch Schutz kaufen. Weil durch diese Fuckhöhle gehe ich nicht nochmal ohne Schutz. Hi, Willkommen, wie kann ich helfen? Ey, kannst du mir was verkaufen, Alter? Moment, ich kann dir erstmal was verkaufen. Okay, wir nehmen den Mini-Pilz. 250, wundervoll. Und Riesenpilz für 2500. Okay, das ist eine gute Ausbeute. Dann darfst du mir doch, darfst du Geschrott verkaufen. So, Poké-Bälle, wie viele habe ich? Acht. Nehmen wir mal noch sieben Stück. Ja. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Supertränke. Äh, fünf Stück. Ich denke, Supertränke sollte nicht die verkehrteste Sache sein. So, dann möchte ich noch Schutz. Oh, Schutz ist so teuer. Nehme ich fünf. Fünfmal Schutz, okay. Ich dachte mir, auf dieser spannenden Shopping-Reihe sollte ich euch auf jeden Fall noch mitnehmen. Oh, yeah. Ich begebe mich jetzt auf den Weg nach Viola City. Yay. Äh, der Typ will kämpfen. Äh, was war das denn für Pokémon? Ist irgendwas Relevantes? Äh, zeig doch mal. Du scheinst mir ein relevantes Pokémon zu sein. Ein Mammute! Von welchem ich fälschgeweise gesagt habe, dass es ein Rüssel hat. Ich meine eher seine Nase. Wobei, nennt man das beim Schwein nicht auch? Nein, man nennt das beim Schwein nicht Rüssel. Oder? Nee. Nee, nee, nee. Ich meine, das sollte eine... Das ist eine Nase. Fuck, wie ich... Ich hasse Mammute inzwischen übrigens, weil es mich jedes Mal aufs Neue, verdammt nochmal, euch heinander bringt. Weil zum einen ist es ein Mammut und zum anderen ein Schwein und... Der Typ verwirrt mich einfach, okay? Ich meine, es heißt Mammut-Hell. Ich gehe davon aus, dass es ein Mammut ist, aber das ist es nicht. Es ist mehr ein Schwein und... Das ist scheiße verwirrend für mich. Das waren gut viele Erfahrungspunkte. Dankeschön, Tristan, mein guter. Dankeschön. Wir sind in Viola City, der Stadt voll viol... Letta... Violen. Okay. Und ich würde sagen, wir werfen ja mal unsere geschmeidige Ange ins Wasser und hoffen, dass es irgendwas cooles anbeißt. Komm schon. Komm schon. Da ist ein Pokémon geangelt. Oh shit! Was wird das? Es ist ein... Was will ich mit Pixi? Ich habe Pi als Starter Pokémon bestimmt nicht abgelehnt, damit ich mir ein Pixi hole. Oh Gott. Oh Gott. Ich will kein Pixi. Ich will das nicht. Warum kann ich nicht was cooles bekommen, wie... Nicht Pixi. Irgendwas wirklich cooles. Irgendwas, das nicht komische, seltsame, scheiß irritierende Augenringe hat. Ja, irgendwie sowas. Und keine beschleunte Schmalzlocke. Was ist überhaupt der Grund, dass du noch existierst, wenn es sowohl Pummelhoff als auch Knollhoff gibt, liebes Pixi? Erklär mir das bitte mal. Kannst du nicht erklären? Ähm... Gucke mal. Bleib einfach drin, Pixi, okay? Mach keinen Kampf draus. Ich will dich nicht wirklich. Du fuckviech. Was habe ich gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Oh Junge, du kannst Gesang und Komplimator. Und du hast mir bisher noch nicht einmal Schaden zugefügt. Das ist auf jeden Fall... Ein krasses Statement, das du an den Tag legst, Pixi. Da denkt man sich doch, verdammte Scheiße, den Pixi, das will ich haben. Au. Ich mag den Soundeffekt von Duplexi. Das ist so ein richtig sattes Platsch, Platsch. Beziehungsweise Klatsch, Klatsch. Schlängli! Wach auf, mach doch einen Wickel. Du wirst dann eh nicht mehr treffen, das sehe ich schon voraus. Alter Pixi! Bitte! Mach es nicht so schwer. Warum schläferst du mich die ganze Zeit ein und machst Komplimator? Du wügst mir doch eh keinen Schaden zu. Oh Pixi. Pixi! Ich bin hier. Ich meine nicht so eine Scheiße. Ach. Oh du kannst Metronom? Das macht dich wieder ein bisschen interessant tatsächlich. Okay, ich will das Pixi haben, es ist kein Metronom. Es ist kein Metronom. Komm schon. Komm schon. Jetzt, wo ich dich haben will, bleibst du genauso wie in der Gebaltrin wieder vor. Und was machst du für einen Angriff? Dreifachkick. Okay. Ist jetzt nicht der effektivste Angriff von allen. Aber ist interessant. Ich friss jetzt den Pokal und bleib da drin. Komm schon. Ich wusste es. Ich wusste, dass du mit dem pinken Heilball drinbleiben wirst. Ich habe es gespürt. Ich wusste, dass Pixi eins der Pokémänner ist, das da drin bleibt. Sein sensiblen Gehirn des entfernte Geräusche war. Ja. Wie ein Hase. Es versteckt sich in ruhigen Orten. Ja. Wie ein Hase. Und ja, ich möchte Pixi einen Spitznamen geben. So ist das ein Spitzname, der mir empfohlen wurde, dass ich ihm nochmal den Pokémon geben sollte. Das werden wir jetzt machen. Oh shit. Oh shit. S. Das wird interessant. Oh shit. S ist ein Spitzname. Und das könnte... Naja, nicht die Arena. Ich will ins Pokémon Center. Entschuldigung. Ich möchte nicht zu euch. Ich möchte ins Pokémon Center und oh shit S heilen. Da packen wir oh shit S eigentlich. Na, das packen wir noch nicht in die erste Stelle. S. Wollen wir gegen Trainer kämpfen. Das kann ich nämlich vor den wilden Pokémon auf dem Weg nach Fleckmonbrunnenstadt. Und ich will den Pokémon flüchten. Das wird ziemlich unangenehm. So gut. Dann würde ich sagen, der letzte Anhaltspunkt, den wir hier oben noch haben, wird dann wohl der gute Mann sein, der uns Zertrümmerer gibt. Weil ich meine, dass wir uns mit dem Zertrümmerer dann mindestens ein einziges Item holen können. Und ein einziges Item ist nicht die verkehrteste Sache der Welt. So, ein Typ, der mir Zertrümmerer gibt. Du weißt doch, so ein komischer Wanderer, der hier in dieser Route mit Mogelbaum herumsteht. Habe ich mir sagen lassen. Wanderer! Du, du Schwammelmann! Da, Koppel, kennst du das, wenn irgendwo durchfühst du so ein fetter Stein macht den Strich durch die Rechnung? Ja, diese fetten Steine machen mich wütend! Und wir kommen vor allem 6. Yay! Da befinden sich Zertrümmerer. Und übrigens, ich möchte mich an der Stelle auch, der letzte Part von Pokémon ist gerade, der ist hochgeladen worden. Ich möchte mich mal wieder bei vielen, vielen Leuten bedanken, dass sie mich mit ihren Weisheiten mein Leben bereichern. Nicht mit der Weisheit, dass der Name Butterfrei für Raupi, doch seht ihr, alle können die 5-Sans ziemlich fantastisch. Dass der Name für Butterfrei gar keinen Sinn ergibt, weil... Schmetterling! Hast ja Butterfly und nicht Butterfree! Das ist ziemlich weise und sehr intelligent. Deswegen möchte ich mich natürlich bedanken. Danke. Denn Smedbo heißt auf Englisch nicht Butterfree. Nein, es heißt Butterfly. Ganz klar. Warum sollte ein Pokémon auch... Moment, wir waren schon Pokémon Center. Warum sollte ein Pokémon auch einen Namen haben, der nicht wie das Tier klingt, auf dem es basiert? Ich bitte euch, wir alle kennen unsere Lieblings-Pokémon wie Hund, Katze, Maus, Campman. Und dementsprechend ist der Name Butterfrei natürlich falsch, weil Smedbo Butterfly heißt und nicht Butterfree. Vielen Dank dafür. Hier konnte ich ihn zur Trümmerei einsetzen. Ach ja. Und zu den Butterfree-Klugscheißern. Äh, wusstet ihr, dass Arbor rückwärts Natter heißt? Wusstet ihr das? Hä, ist ein Pokémon. Wollen wir mal darüber reden? Oder von welchem Typ er Kraftreserve ist? Wollen wir mal darüber reden? Natürlich vom Typ normal. Ach. Ach. So komplex sind die Pokémon-Spiele nicht. Trotzdem merke ich da immer, dass da grobe, grobe Fehler passieren, die nicht passieren sollten, liebe Leute. Was willst du, Torben? Hallo, ich bin's, Torben. Alles okay? Geht so? Neulich habe ich beobachtet, wie mein Jan-Mega eine Gebärden fraß. Es schien das mal zu genießen. Also aß ich auch welche. Ich weiß nicht, ob die Leute sie... Ich weiß nicht, ob die Leute sie essen sollten, aber sie schmecken gut, in Ordnung. Bleib sauber. Wie sollte fremden Leuten nicht mehr meine Nummer geben? Ach du Scheiße, es ist ganz schön dunkel geworden hier. Aber gut. Wir gehen uns auf den Weg in den Flagmon-Brunnen. Das, was wir eigentlich die ganze Zeit über schon machen wollten, aber dann noch einen kleinen Abstecher nach Viola City gemacht haben. Die gute Leute Flagmon-Brunnen. Und wisst ihr was? Hier packe ich jetzt einfach mal... Ich bin mutig, ich packe Pixi in die erste Stelle. Ich meine natürlich, oh shit, S. Ebenfalls weiblich. Keine Überraschung soweit eigentlich. Man kann schnell etwas hören, bald wird es schlüpfen. Oh mein Gott, das Ei wird bald schlüpfen, Leute! Wundervoll. Oh, es ist Team Rocket! Oh nein! Verfliege sich ja mit Umwachung. Und dann kam ein halb irgendwas Spinner und hat mich angeschrieben. Und dann ist er voll runtergefallen. Idiot! Ich finde es schön, wie die Team Rocket R's in das Bild fliegen. Das sah ziemlich dumm aus. Toge-Tick. Ach ja. Und ich habe im letzten Part auch falscherweise gesagt, dass es im Spiel kein Toge-Kiss gibt. Das war ein relativ dummer Fehler. Denn... Denn natürlich... Alter, ich will Metronome einsetzen! Alter. Denn natürlich geht es in dem Spiel... Ach du Scheiße. Toge-Kiss. Sache ist, nur da habe ich wieder vollkommen vergessen, dass das Generation 4 ist. Passiert, 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 passiert. So, wir machen jetzt ein bisschen die Pro-Strats, okay? Sei bereit für die Pro-Strats. Eingeschläfert. Da machen wir Komprimator. Da werden wir voll winzig. Ich habe immer das Gefühl, dass Komprimator irgendwie am meisten Fluchtwert steigert. Weil wenn jemand ein paar Mal Komprimator eingesetzt hat, dann kann ich den einfach gar nicht mehr erwischen. Das geht einem so auf den Sack. Und das ist genau der Effekt, den ich erzielen möchte. Der Effekt, dass er einem voll auf den Sack geht. So, und auch mein Komprimator? Ich denke, viermal Komprimator, dann sollten wir ganz gut am Start sein. Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass das eine sehr nicht vorteilhafte Art und Weise ist, zu kämpfen. Aber, äh, was soll's. Und dann machen wir Metronomen. Soll ein bisschen irgendwas Cooles passiert. Ich halte deinen Charme für dich, Toge-Tick. Ich halte deinen Charme für dich. Weil ich vielleicht eher duplexiv einsetzen sollte. Oh shit, es setzt Schockwelle ein. Ja, deswegen der Spitzname. Oh shit, S. Steht hier. Und sehr effektiv. Ja, solider Schaden, solider Schaden. Heu mich nicht an. Oh shit, es setzt Metronom ein. Oh shit, es setzt Biss ein. Ah, das ist ein guter Name. Das ist ein guter Name. Was machst du? Kraftreserve. Ich wundere mich, vor welchem Typ die ist. Scheint mir aber Pflanze oder Käfer zu sein. Metronom? Und wir setzen. Oh shit, es setzt Genesung ein. Yes! Yes! Oh shit, S. Das ist der Mann. Oh shit, es wehrt die Attacke ab. Ich dachte, der wird nicht alt. Oh shit, es setzt Slow-Hack-Kanone ein. Übertreib es nicht so sehr, oh shit, S. Übertreib es nicht so sehr. Oh shit, es erhält 619 Erfahrungspunkte. Der dreifach ist ein Level. Wundervoll. Und Momfaxo. Skidat Momfaxo, man. Ach, Loe-Kanone macht doch, dass ich eine Runde aussetzen muss, oder? Oh shit, es muss ich erst wieder aufladen. Oh, ist das so dumm. Oh shit, es setzt Metronom ein. Ich liebe Metronom übrigens. Metronom ist einfach, der Angriff ist der Shit, könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Es ist ein unglaublich unterhaltsamer Angriff. Es kann einfach alles kommen. Alles und nichts. Oh shit, ist der Snarker-Ferein. Yes! Dann hilft dir deine Amnesie auch nicht mehr viel, Momfaxo. Und One-Hit. Wundervoll. Oh nein, die Verteidigung von oh shit. Die Spezialverteidigung von oh shit, es sinkt. Ja, das passt dann nicht mehr so ganz, aber okay. Und Level 11. Wundervoll. Soweit du dir in der Arbeit oh shit ist. Na, heute ist nicht mein Tag. Da hast du recht. Denn heute ist Montag. Wir sollen aufhören, den Fleck und ihre Routen zu stehlen. Was sollen wir von einem Befehlen von Lens? Irgendwas, irgendwas. Dann hört halt nicht auf, den Fleck und ihre Routen zu stehlen. Ah ja, und weil die Frage auch aufgekommen ist. Ich kann dir echt die Fragen beantworten, Hardcore. Und zwar... Dudley. Finde ich nicht gut, was du da machst, Dudley. Finde ich nicht gut. Shit, es setzt Gesang ein. So, Frage, die aufgekommen ist. Der eine Typ, der verkauft dir für eine Million der Fleck-Bond-Route. Und Leute haben gefragt, ob man die kaufen kann. Und tatsächlich kann man das nicht. Weil soweit ich weiß, ist das Maximum... Wer soll den Kompi-Mator entsetzen? Soweit ich weiß, ist das Maximum... Ähm... Ähm, ähm, das Maximum, das Maximum... Fuck! Ah, ich stampfe au. Das Maximum, mein Geld, was man noch haben kann, ist 999... 1.999... Okay, okay, weißt du was, Regirock? Leck mich! Ey, ich wollte einen coolen, lustigen Kampf machen. Aber wie es aussieht, willst du da nicht mitspielen? Ich will nicht sagen, aber oh shit, es hat echt eine sehr geringe Verteidigung. Würde ich meinen, dass es eine etwas höhere hat, aber... Nöp! Kann sein, dass Pixi kein so gutes Pokémon ist. Ich hab Pixi noch nie trainiert, aber... Ja... Wenn ich mal so bedenke, wie viel Schaden es von so einem Angriff von den Gegnern nimmt und alles, dann... Ich weiß nicht, ob Pixi so gut ist. Aber es arbeitet dran. Dementsprechend... Wenn du mit mir arbeitest, Pixi, dann bin ich auch bereit, mit dir zu arbeiten, okay? Als nächstes ein Schilterus setzt er ein, okay? Über Schilterus haben wir schon einiges gelernt. Deswegen muss ich nichts weiter erklären. Los! Oh shit, es! Oh shit, es! Das passt sogar fast vom Groove her so ein bisschen. Hauptsächlich nicht, aber ein bisschen. Schilterus... Ihr habt keine Lust mit dir zu diskutieren, deswegen gehen wir gleich rüber zu Schlengli. Und Schlengli macht gleich eine Aquawelle. Und falls euch aufgefallen ist, mit Butterfrei... Was ist mein MOP? Was ist es in einem Plan, mit Butterfrei zu machen? Mein Plan mit Butterfrei ist es, eben sämtliche VMS beizubringen. Butterfrei ist unser VMS-Sklave quasi. Weil... Warum nicht? Weil wir brauchen ein Pokémon, das die VMS lernen kann. Und in dem Fall wird es eben Butterfrei sein. Vorlautes Bike. Wieso bin ich vorlaut? Ich bin nicht im Kampf besiegt. Irgendwie finde ich, es sieht super aus, wie Pixie am Ende her läuft. Das sieht cool aus. Dann gefällt mir... Oh, ein Nugget! Wundervoll! Nicht recht. Nein! Oh shit, es ist immer noch kurz vorm Umkippen! Ich muss Screenshot machen. Wundervoll! Wundervoll, wundervoll, wundervoll! Ein Schluck weg! Da schluckt er das weg! Denk mich, Schluck weg! Keine Zeit für dich und deinen Schabernack! Ich muss fliehen! Oh, eine Peerseth-Bäre im Stein! Erinnert mich an den einen Typ, der mich angerufen hat und mir erzählt hat, was er für Bären gefressen hat, die er irgendwo gefunden hat. Ja, vollidiot! Wer soll aufhören, den Fleckmann in die Routen abzutrennen? Leider sagt ihr alle. Ihr wisst genau, warum ich hier bin. Warum hört ihr nicht einfach auf damit, die armen Fleckmann? Die können sich nicht mal richtig bewegen, weil sie so träge sind. Und du denkst, es ist okay, in ihre Routen abzuschneiden. Ich kann dir mal deine Routen abschneiden, mein Freund! Können wir sehen, wie dir das gefällt! Nicht so gut, kann ich jetzt schon sagen. Hab ich recht, Schlängli! Schlängli-tastisch! Au! Das war Klammergriff-tastisch! Au! Ist recht, dass Klammergriff auch so ein Angriff... Warte, warte mal! Klammergriff macht... Macht auch so konstanten Schaden, wie Wickel! Was ist da noch der Unterschied zwischen Klammergriff und Wickel? Ich dachte, Klammergriff wäre immer nur so einmaliger Schaden. Warum existieren Wickel und Klammergriff überhaupt? Ich mein... Gibt es irgendwelche... ...absurden Taktiken oder Situationen, in denen Klammergriff und Wickel von Vorteil sind? Oder auch sowas wie Feuerwirbel? Weil ich immer das Gefühl hab, dass sie wie normale Angriffe sind. Wie Teckel oder sowas. Nur wesentlich schlechter. Ich mein, jeder beschissene Taktik ist besser, als Umklammerung oder sowas. Warum sollte man Umklammerung oder sowas einsetzen? Das sind doch nur schlechte Angriffe. Oder seh ich da irgendwas nicht? Genauso wie Nassmacher und Lehm-Sula. Nassmacher lernen nämlich hauptsächlich Wasser-Pokémon. Und Nassmacher macht dann Feuerangriffe ein bisschen schwächer. Ist für was der Pokémon nicht das Sinnvollste? Weil Feuerangriffe eh keinen Schaden machen. Und Boden-Pokémon lernt Lehm-Sula. Welcher Elektroangriffe schwächer macht er. Die haben eh keine Wirkung. Ich mein, okay, sowas wie Zickzack-Suson kann auch Lehm-Sula lernen. Aber das setzt doch keiner ein. Das ist so ein unglaublich spezifischer Angriff. Lehm-Sula und Nassmacher. Ah, die sind schrecklich. Das ist so Wickel-Klammergriff für Lehm-Sula und Nassmacher. Das sind so meine Kandidaten für die schlechtesten Angriffe im Spiel. Natürlich könnte man sagen, boah, aber MOP, was ist denn mit Platscher? Platscher versucht es nicht mal irgendwas zu machen. Platscher existiert nur, weil es nichts macht. Deswegen zählt es nicht dazu. Also Angriffe wie Klammergriff oder Wickel. Lehm-Sula und Nassmacher. Die sollen eigentlich irgendwas machen, aber sie scheitern darin. Und da ist das Problem. Hey, Lance. Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich weh nicht zu, dass du uns bei der Arbeit in Quere kommst. Oh, shit, das ist Jonathan. Alter, das ist der Vorstand Jonathan. Oh, shit, der hat ein paar D-Kon. Also ich würde sagen, der Jonathan, das ist ein Typ, mit dem man sich auf jeden Fall nicht anlegen will. Metronom! Das Gefächte kann Explosionen oder sowas kommen. Oh, shit, das setzt um Klammerung ein. Oh, Mann. Um Klammerung. Warum war das nicht weiter überraschend? Ich glaube, ich mache so lange Metronom, bis hier irgendwann eine Explosion oder so kommt. Dann werde ich ein bisschen traurig sein. Uh, Aquawelle. Und... Das ist echt scheiße, Panikon. Weißt du das? Das ist echt scheiße. Vorstand ist dann als nächstes Ninjask ein. Ach, Moment, das ist Ninjask. Okay. Okay, ich dachte gerade, hm. Hier könnten wir jetzt eigentlich verkacken. Dann ist mir eingefallen, dass ich Finte habe. Und dann ist mir eingefallen, dass es Ninjask ist und nicht Ninjathom. Ninjathom kann Haufen Scheiße sein, teilweise. Ich meine, in der Ninjask hat Ninjathom auch mal mein ganzes Team kaputt gemacht. Weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte irgendwie nichts, was dagegen wirklich was machen konnte. Und das heißt, ich hätte irgendwie vielleicht was machen können. Aber es war keine schöne Situation. Keine schöne Situation. Alter, die Aquawelle von Schlengli. Die ist aktuell echt ziemlich hart am Start, die Gegner zu verwirren. Äh, doch, verwirren, ja. Verwirre sie mit deiner aquatastischen Welle. Au. Ich kratze mich nicht Ninjask. Ich bin empfindlich. Dankeschön. Und down. Wundervoll. 397 Erfahrungspunkte. Vorstand Jonathan. Hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten und meine Nase gerümpft. Weil wäre dann passiert. Hey, ja, stimmt. Die Rocket wurde vor drei Jahren zerschlagen. Aber ihr seid immer noch voll fleißig am Werk und versucht, die Welt zu urbanen, indem ihr Fleckmon-Routen abschneidet und sie verkauft, obwohl sie niemand haben will. Wahnsinn. Grandios, Team Rocket. Macht weiter so. Gute Arbeit. Wir werden die von Team Rocket am Reis ausgenommen. Man hilft dir, geht's auch wieder besser. Lass uns gehen. Das freut mich. So, Kurt. Ricky Kurt. Kurt ist übrigens Rikis zweiter Vorname. Er heißt Ricky Kurt. Ja, na hallo. Ich kann Ricky nicht machen. Er ist ja immer viel männlich. Warum hast du hallo gesagt? Ich war mit dir schon gerade eben unterwegs. Du hast mich hierher gebracht. Wie auch immer. Kritisieren wir es nicht. Oh, Turbo Ball. Dankeschön. Der hilft mir tatsächlich weiter. Oh, ich sehe, hier hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. So, mach. Da steht nicht, was er für einen Ball draus macht, oder? Ach, da kann man mehrere gleichzeitig. Ah. Aber immer nur eine pro Tag, oder? Also eine verschiedene, eine Sorte, okay? Mal ganz sagen, um Aprikokos zu verarbeiten. Ich habe eine Idee, wenn es vielleicht nicht mehr Foto von meinem Großvatern hat. Klar. Ich habe hier schon die Nummer von so vielen alten Männern, die nicht mit mir verwandt sind. Dass es jetzt auch keinen Unterschied mehr macht. Gehen wir einfach wieder nach draußen. Uh, da wäre noch Aprikokobaum gewesen. Wie elegant. Wie elegant, wie elegant, wie elegant. Gut, ich würde mal sagen, ich habe meine Pokémon auf. Und dann, liebe Leute, würde ich sagen, wenn es ganz weiter geht, sehen wir im nächsten Part. Und ich werde jetzt auch so lange hin und her laufen, dass wir direkt im nächsten Part dann sehen können, was aus dem Ei heraus schlüpft. Oh, Junge, das wird so spannend. Ich weiß, mir fehlen auch fast die Worte. Gut, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.